Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Ghostfunder. Moin, leider war jeder malo. Diesmal mit ein paar Stunts, mit einem kleinen Gefährt und langen Ladezeiten. Dankeschön, Noxstar. So, ähm, ich bin bei Trümmern, äh, stecken geblieben, also komm, hau mich ab, bitte. Ja, warte, guck nach oben, guck nach oben, guck zur Rampe, guck zur Rampe. Ja. Oh, nein, warte mal. Aber komm, nimm mal diese Rampe hier, von hier Gas geben, wo ich bin. Ja, Rutschen, hä, Rutschen. Äh, überschlagen. Ja, das ist irgendwie noch nicht so gut, aber... Jetzt kommt's mir. Nimm mal diese Rampe dort beim See. Von hier musst du beginnen, sonst überschläfst du dich. So, auf die Strasse hier Richtung See und dann dieses Haus des Rampe benutzen. Also, jetzt bist du ganz hinfahren, oder was? Du musst einfach an den See und dort ist ja die Rampe, die Holzrampe, ja. Ach, klar, achso, wo ist's. Genau. Und los. Ja, bisschen Tempo verloren, aber... ...zinnig gut. Ja, das Ding ist, ich kann ja halt nicht so schnell wissen. Aber ich möchte mal einsteigen. Ja, ne, das ist dann, die sieht nicht so gut aus. Ja, also dann... ...noch mal als Kamera. Ich bin halt ein Kameramann, ich darf nicht mit schnellen Fahrzeugen fahren. Ja, das Ding ist, ich muss... Ich kann nicht so viel Speed aufbauen. Ich könnte höchstens mit dem Hornbus machen. Wie wär's, wenn du hier, äh, die andere Rampe dort vorne nimmst? Ja, pass auf, ne, ne, ich mach das jetzt nochmal. 3, 2, 1. Ja, die sind unrealistisch. Aber die andere C-Seite hast du entdeckt, ja, geschafft. Also Bucht-Seite, ja. Also probier mal hier rechts die Rampe zu nehmen. Was? Hornbus, diese Rampe, die da ist. Auf der anderen Strassen, also bei der anderen Strassen. Was? Da, wo ich hinschaue, ich noch mehr Rampe. Ja, die Schnauze, du Penner. Ja. Äh, nix verstehe. Uuuuuhh. Ui, wie ein Spielzeug, Alter. So. Ich bin nun Arna, der Entscheidungen trifft. Geht ja, es ist für Kleinkinder gespielt, Modellauto. Alles sieht so auto- so modellartig aus, wenn es getunt, also gemodet wurde. Bist du auch dafür? Das Kleinkinder geht hier ausspielen, oder? Äh, geht's? Hallo? Äh, was? Eine neue Chance. Aua. Komm, wir gehen zum Hotel, da gibt's noch eine Chance. Fahrer, Fahrer! Oh. Da gibt's. Darf ich jetzt ein steigen? Nein. Hier habe ich ein steigen. Ey, das ist ein Spieler. Der Wolf. Ist da. Ja. Guck mal, hier haben wir zwei reinfahren, Alter. Ich kann's. Oh, das war knapp. Ey, was macht der denn da? Mal gucken, wie lange es unser Truck noch macht. Ich bin richtig abgehoben, ich bin richtig geil über das Schild gefahren, Alter. Ich will jetzt einsteigen. Du hast die Leiche mitgenommen. Guck mal hin, Rago, guck mal hier. Ey, das ist mein Caddy. Der nehmt mich mit. Der hat die Bedeckung verloren. Echt? Ist der tot? Der hat diesen Unfall nicht überlebt. G. Also, jetzt, jetzt musst du mich rammen, okay? Also, ich muss dich wegrammen, oder was? Ja. Macht Spaß. Ja. Definitiv. Also, mit dieser Geschwindigkeit macht es sich ja. Spaß. Nimm mir einen Anlauf. Realistik-Mode. Guck mal, guck mal, ey. Also, jetzt ramme ich mal mit der Höchstgeschwindigkeit. Okay, bitte. Schau mal. Er hat Angst, meine Spielfigur hat Angst. Ja, waa. Blah. Hey, da wird auch etwas gespawnt. Obdosh ist mein Caddy. Der ist bald nicht mehr. Weil er kaputt geht. Also, jetzt seitwärts, okay? Aber mach vorwärts. Ich hab zu viele Boden. Vorwärts. Na, offensiv. Erfahren sie mich. Ich hab zu viele Boden. Ja, ich bin erschossen worden. Die Boden haben mich gefahren. Ähm, äh, ich erschossen. Also, der Truck hier sieht auf mir echt geil aus. Wo ist der Caddy? Ja, da ist er, glaube ich hier. Seid die Caddys, bevor er die spawnt. Da ist er. Okay. Also, jetzt müssen wir mit höchstgeschwindigkeit mich, oder? Ja, ich bin seitwärts, ich bin seitwärts. Der Truck, der hat gleich seinen Geist aufgeben. Ja, aber dann muss ich mich noch ranbefeuert, den Geist aufgeben. Also, der hat eigentlich schon sein Geist aufgeben, muss ich sagen. Gut, die Böden sind eigentlich weg, jetzt komm. Ich muss zu meinem Kurs wieder ein bisschen Repairn. Komm. Sehr. So, was macht ihr heute so? Also, ich. Okay, der brennt, der Magen. Dann leute mich. Der brennt. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, das ist weit genug. Also, wir können jetzt am Flughafen weitermachen. Ich bin schon am Flughafen. Das war mal knapp alt. Also, jetzt nehmen wir mal ein anderes Fahrzeug ein, dass das mehr Spaß macht. Hey, das macht voll Spaß. Nein, machen wir mal ein Flugzeug. Nein, das war so langweilig. Machen Helikopter. Das ist auch langweilig. Machen Boot. Hör, das soll. Ramm mich mal mit einem... Sportwagen. Einem Opelkurs. Oh, ich habe keine... Ich habe keine Steuerung mehr und keine Bremse. Das war mal knack, knack, knack. Was, knack? Was? Da war mal knack, schnell, oder? Also, jetzt muss ich mich an. Ja, also, ramm mich mal mit diesem Ultra Light Sportwagen. Der wird sowas von weggeschleutert. Nein. Äh, den Golfwagen ist viel, viel stabiler. Äh, so spektakulär. Ja, weil der einfach nur leicht ist, Alter. Ja, eben. Nimmer ist es schwer. Ja, dieser scheiß Truck schon vorhin, Alter. Der war schwer. Ja, dieser scheiß Truck schon vorhin, Alter. Egal, mit dem Flugzeug, Digga, da kannst du nicht mit fliegen. Das Ding hebt mich vorher abgebildet, Alter. Ja, da musst du unten bleiben, da kann ich doch nichts dafür. Wie soll ich denn umbleiben mit dem Flugzeug, Alter? Ich bleibe seit immer mit dem Mod-Menü zu sehr ab. Das ist es. Mal ein bisschen weniger Mod-Menü machen. Den hier. Der ist auch geil. Ja. Wie wäre es mit diesem Abschleppwagen? Also mit diesem... Hey, yeah. Ding. Let's go. Mit diesem ganz großen Kiesfahrzeug. Ja, genau. Ja, und hast mich zum... Alter! Ich habe fast keiner mehr das gesehen, so schnell ging das. Geil. Okay. Das war schon geil. Ja, sehr. Und ich weiß den Weg nicht mehr, oder mich nicht mehr. Oh, ja, da kommt der andere Kugel. Yeah. Scheißegal, du massiv. Also jetzt fahren wir ein bisschen durch die Gegend schnell. Ich will runterfahren. Ja, sehr realistisch geht er. Ah, da ist noch die Läge. Ja, sehr realistisch. Ja, pass auf, wir gehen jetzt ab. Jetzt helfen wir ja. Hey, die Läge. Hey, die Läge. Wie ein Tennis-Schläge. Bang. Wie soll ich... Wie geil war der Tennis, ey. Heftig. Ja, richtig geil. Okay. Was wollen wir noch mal? Äh, nichts. Noch mehr. Noch mehr Blödsinn. Okay, dann beenden wir das Video. Nein. Nein, wir machen jetzt noch mehr. Wir machen jetzt noch mehr. Aber ich habe so lange Radezeit nach einem Tod. Du darfst mich nicht töten. Du musst mich sorgfältig behandeln. Das war's jetzt auch noch mal, oder? Ach, doch. So, aber Durst habe ich. Also jetzt fahr einfach mit Durst-Geschwindigkeit irgendwie die Straßen und Chancen ab. Nein, wir nehmen, wir nehmen das Auto, wir, wir machen gleich nochmal. Dann gib mir mal einen Mover. Was will ich zwar? Mover, Rasenmäher. Rasenmäher. Das ist schon, aber langweilig. Das ist so klein. Dann den Traktor. Na, aber ich gebe den Taxi. Naja. Taxi-Mover. War nicht mehr. Ja, mal. Nimm doch diesen, äh, Ja, ja. Minenfahrzeug da. Wo man den Kies reinschüttet und den Abwehr hat von Abfahrt. Taxi-Taxi! Aua! Oh, schau! Oh, immer noch sehr gut in Fahrt. Bereit? Und... BANG! Alter. Oh, definitiv viel besser. Oh, ja, mhm. Ähm, wann stoppt das Auto? Jetzt bin ich beim Kies-Ware. Doch, gesagt, der Ding ist hier besser. Jetzt bin ich, jetzt bin ich dann beim... Ja, ich bin dort bei diesen vielen Containern, wo da eine Mission gibt. So, abfuckt. Und ein Biker. Okay, dann komme ich wieder zurück. Also bis über die Straße beim Kies. Förderwerk. Meinst du, die toppen da? Ja, definitiv. Wir testen für die Menschheit die neue Generation von Geschwindigkeits... Fahrzeugen. Neue-Ultra-Geschwindigkeits... Ähm... Was sind das für Fahrzeuge? Dakar... Dakar-Transport-Ware. Definitiv irgendwas für den Sport. Der Sport muss ja modern sein, oder? Ach, ich bin ready. Dann nahm mich nochmals. Mit Höchstgeschwindigkeit. Joa, das ist besser. Ehm, definitiv. Klappt doch. Wow. Mega weit. Das musst du schon mit dem AT400 machen. Okay, das nur auch okay, wir wählen, wir wählen mal das Video, oder? An dem nächsten Video machen wir doppelt das Scheiße. Ja, genau. Wenn ich sage, schau, ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.